Bei einem Kunstrasen kommt es nicht nur auf tolles Aussehen an, sondern auch auf optimale Spielbedingungen, damit Top-Leistungen möglich werden und das Verletzungsrisiko minimiert wird. Der CareMax CM2 ist das optimale Gerät für die Pflege von Kunstrasen. Er erfüllt alle Richtlinien sowohl der Kunstrasenhersteller als auch der FIFA und der UEFA. Dies gilt genauso beim Reinigen, Dekompaktieren und Egalisieren. Angetrieben wird der CareMax von einem 16 Kilowatt starken, wassergekühlten Kubota-Dieselmotor. Alle Bedienelemente sind ergonomisch angeordnet und logisch aufgebaut. Die Rotationsbürste im Heck des CareMax lässt sich hydraulisch anheben und absenken. Die Arbeitstiefe wird mit Hilfe der Verstellspindeln exakt auf die Belagsverhältnisse und den Reinigungszweck eingestellt. Die Arbeitsbreite der Rotationsbürste beträgt einen Meter zehn. Durch die hohe Fahrgeschwindigkeit von über 15 Kilometer pro Stunde reinigt der CareMax ein Standardfußballfeld in weniger als zwei Stunden vom Grobschmutz. Wird die Rotationsbürste tiefer eingestellt und wird sehr langsam gefahren, wird die von den Kunstrasenherstellern empfohlene Tiefenreinigung des Belages perfekt vorgenommen. Preiswert, da ohne Fremdkosten. Das von der Rotationsbürste aufgenommene Verfüllmaterial wird von einem Rüttelsieb vom Schmutz befreit und auf den Belag zurückgeführt. Das Rüttelsieb kann in seiner Größe von 4 bis 10 Millimeter eingestellt werden und damit auf den Schmutz und die Korngröße des Verfüllmaterials. Der wartungsarme Permanentfilter oberhalb des Siebes bindet Staub und feine Partikel. Bis durch die automatische Reinigung alles zu dem anderen Schmutz in die leicht entnehmbaren Wannen befördert wird. Der CareMax verfügt über zwei Schleppbesen. Abgeklappt dienen sie zum Egalisieren und Abschleppen. Abgesenkt werden sie hydraulisch. Zusammen mit dem Schleppbesen am Heck des CareMax ergibt dies eine Arbeitsbreite von 2,4 Metern. Das Abschleppen eines Fußballfeldes kann damit in knapp einer Stunde erledigt werden. Um das Verfüllmaterial aufzulockern, kommt die in der Höhe arretierbare Federzinkenreihe zum Einsatz. Der CareMax von SMG. Die wirtschaftliche und kompakte Lösung, sorgt für optimale Sportbedingungen und erhält den Wert des Kunstrasens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017